Hallo zusammen, hinter mir sieht man den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag ist Landtagswahl und ich lade Sie ganz herzlich ein, gehen Sie wählen. Es ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit Position zu beziehen, zu schauen, welche Parteien vermitteln welche Werte und Ideen. Wählen Sie keine undemokratischen Parteien, sondern schauen Sie genau hin, denn die Politikerinnen und Politiker prägen unsere Zukunft. Deshalb, es lohnt sich wählen zu gehen. Gehen Sie am nächsten Sonntag wählen. Ihr Frank Haltkamp, Stadtichand in Düsseldorf. Ihr Frank Haltkamp